Hört euch das mal ganz kurz an. Das ist 100% KI generiert gewesen und ich habe da einfach Text eingegeben, was ich ganz gerne hätte. Also ich habe gesagt, ich hätte mal ganz gerne einen EDM-Song, der auf dieser Melodie basiert. So, jetzt geht das Ganze natürlich auch noch in Metal. Das hört sich dann so an. Ja, das ist wirklich ziemlich gut geworden. Aber wir können das komplett gratis benutzen und es hat von Facebook seine Veröffentlichung erfahren. Ist das nicht geil? Es wurde einfach von Facebook gratis für uns veröffentlicht. Komplett Open Source, ich kann es runterladen, bei mir ausführen. Oder ich kann die leichte Variante wählen und die will ich euch mal ganz kurz zeigen und danach gucken wir uns an, wie wir es runterladen. Und zwar das hier. Das ist im Endeffekt ein Hugging Face Space. Ja, das ist ein bisschen Zungenbrecher. Und ja, ist im Endeffekt ein, hey, gib hier deine Musik ein, gib hier deine Melodie ein. Übrigens, beide Songs haben gerade auf dem hier basiert. Das hat man schon im Hintergrund nochmal gehört. Aber es war eben richtig gut gemischt mit zum Beispiel Drum'n'Bass oder mit Metal oder was auch immer ihr da eingibt. So, jetzt haben wir aktuell ein Problem. Dieser Space läuft auf einer A10G und, naja, dauert 1812 Sekunden, bis ich so ein Stück erstellt habe. Und sie werden niemals länger als 15 Sekunden. Das ist eigentlich das Oberlimit für diesen Space, damit man eben nicht zu viel Zeit verprasst an diesem Ding. So, das heißt, ihr könnt das Ding gerne mal probieren. Ihr könnt den Space sehr gerne probieren und euch mal solche Ergebnisse ausspielen lassen. Übrigens, eine Melodie ist optional, muss man nicht eingeben. Man kann sie auch einfach weglassen und sagen, machen wir mal bitte nur einen Drum'n'Bass-Song. Jetzt ist das aber für unsere Zwecke als Open-Source-Fans natürlich nicht ganz so super sinnvoll. Und deswegen will ich euch zeigen, wie ihr das Ding bei euch lokal zum Laufen bekommt und dort dann auch Dinge ausführen könnt. Das schauen wir uns heute an. Viel Spaß. Okay, also wie gesagt, heute konzentrieren wir uns nicht auf das, wie funktioniert das. Das machen wir am Sonntag richtig schön detailliert. Sondern heute geht es darum, dass wir uns angucken, wie kriegen wir das lokal bei uns zum Laufen. Dazu gehen wir hier oben auf MusicGen oder hier unten auf Facebook Research AudioCraft und landen im Repository von Facebook Research AudioCraft. Das ist das hier. Komplett Open-Source. Richtig geil eigentlich. Wir können sogar in Colab öffnen, wenn ihr das wollt. Und wir können es in Hive Spaces öffnen. Ich will das allerdings bei mir lokal ausführen. Und naja, wie hier schön steht, Python 3.9, PyTouch 2.0.0 und GPU mit mindestens 16 GB Speicher für das Medium-Modell. Ich werde ausprobieren. Also es gibt hier mehrere Modelle. Einmal Small. Das werdet ihr wahrscheinlich auch kleiner ausführen können. Medium. Und dann gibt es Melody. Das ist das, was hier drüben verwendet wird. Bei Melody kann man gleichzeitig auch noch eine Melodie mit eingeben. Ihr erinnert euch. Das da. Und bei Large, da sind wir nochmal bei mehr Neuronen. Also nicht nur 1,5 Milliarden, sondern 3,3 Milliarden Parameter, die trainiert wurden. So, es wäre ganz geil, wenn ich Large zum Laufen bekomme. Allerdings habe ich eine 30.90. Die, hm, wie viel Speicher habe ich? Ich glaube, ich habe 24 GB Speicher. Da müsste ich nachgucken. Und hier unten so ein bisschen Python-Demo-Code. Ah ja, genau. Und ihr braucht auf jeden Fall FFMPG vorinstalliert. Das haben wir aber schon 50.000 Mal benutzt. Und das werde ich einfach mal voraussetzen, dass ihr das installiert habt. Unter Linux könnt ihr es einfach installieren. Unter Windows müsst ihr es ein bisschen aufwendiger machen. Dann habe ich aber ein Tutorial dazu. So. Gut. Was wir hier haben, ist erstmal die Installation von diesem Modul. Wir müssen nichts über GitHub runterladen oder sonst irgendwas machen. Sondern wir können es einfach starten. Und ich werde jetzt mal probieren, das Ganze mit Python 3.10 auszuführen. Weil ich ein großer Fan von 3.10 bin. Oder 3.11 sogar. Aber 3.11 wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. 3.10 ist aber mittlerweile eigentlich stable. Deswegen probiere ich das jetzt mal hier mit. Und füge einfach hier alles ein. Also ihr könnt PowerShell öffnen. Wie ihr gerade gesehen habt. Großschreiben. Rechtsklick. Und dann PowerShell-Fenster hier öffnen. Und ihr braucht natürlich Python installiert. Das ist klar. Aber das habt ihr hoffentlich sowieso alle. Und dann können wir es einfach hier reinfügen. Und während das jetzt runterlädt, werde ich jetzt einfach mal kurz das rausschneiden. Nein, werde ich nicht. Ich habe noch was vergessen. Ich wollte euch noch zeigen, dass es in Colab eben auch funktioniert. Also ihr könnt hier einfach in dem neuen Tab Google Colab öffnen. Wo man halt das hier alles durchlassen kann. Und dann sollte es grundsätzlich auch funktionieren. Ah, das klont sich. Ah ja, das macht im Endeffekt genau das. Also es installiert mir erstmal meine Requirements, die hier drin stehen. In Requirements. Das ist das hier alles. Und gut, Hugging Face haben wir glaube ich. Brauchen wir eigentlich gar nicht, wenn wir es lokal ausführen. Gut, das heißt, das hier funktioniert wahrscheinlich über Hugging Face Space. So, dann haben wir hier die Python App.py, die wir bauen wollen und dann ausführen wollen. Das ist die hier. Und die ist quasi die Datei, die wir starten. Genau. So, also wenn wir hier uns mal angucken, wie das Ganze funktioniert, ist es eigentlich nicht so besonders komplex. Wir wollen einfach nur die Modelle importieren. Wir holen uns hiermit das richtige Modell. Dann setzen wir die Parameter, also wie viele Sekunden wir eigentlich generieren wollen. Hier können wir eben jetzt nicht wie online einfach sagen, ey, bau mir nur 15 Sekunden. Das Ding läuft übrigens immer noch. Sondern wir können hier einfach sagen, bau mir mal bitte einen Song von drei Minuten. Und hier können wir sagen, okay, ähm, ja, bau mir mal bitte vier Audio Samples, die das eben dann machen. Hier können wir eine Description reinpacken. Also in dem Fall Happy Rock, Energetic EDM und Sad Jazz. Dann können wir das Ganze bauen. Das baut uns drei Samples, nämlich eins, zwei und drei, weil es eine Liste mit drei Dingern ist. Und, ähm, dann können wir hier auch tatsächlich unsere Melodie noch reinladen. Dieses Bach MP3-Teil wurde mitgegeben. Und anschließend bauen wir und, ja, schreiben uns die Audio. Das ist eigentlich schon alles. Dieser Code ist tatsächlich ausführbar und das reicht schon. So, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, während das hier fertig installiert noch. So, übrigens, den letzten Befehl führt das Ding nicht für euch aus. Also das hier pip install e führt es nicht aus. Das ist super, super gut gemacht eigentlich, ähm, weil wir das Repository natürlich nicht lokal geklont haben. So, perfekt. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt alles, was wir brauchen, ähm, und, ja, wir können jetzt eigentlich mal in PyCharm wechseln. So, ich habe tatsächlich bei mir die, ähm, Erweiterung installiert, dass es, dass ich einen Ordner einfach in PyCharm öffnen kann. Das heißt, ich habe einfach, äh, rechtsklick Open Fuller as PyCharm Project gemacht und dann bekomme ich das. Ihr könnt aber natürlich auch einfach ein neues Projekt erstellen und dann könnt ihr das genauso benutzen. So, wir wollen hier nicht auf 3.9 wechseln, wir wollen auf 3.10 wechseln, bitte. Das wäre einmal wichtig, weil wir haben es für 3.10 installiert. Und, genau, dann brauchen wir eigentlich die Main schon gar nicht mehr. Wobei, ich würde sie mal drin lassen, die Funktion ist eigentlich ganz praktisch. Und das hier kopieren wir uns und fügen das, eigentlich könnte ich sie einfach einfügen. So, und, ja, wir wollen es ja erstmal nur zum Laufen bekommen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal das Pre-Trained Netz Melody, nehmen auch tatsächlich Bach mit rein, sagen einmal hier, mach mir bitte Happy Rock, mach mir Energetic EDM und mach mir einmal Sad Jazz. Wir warten ganz kurz, bis das hier fertig ist. So, und wenn ich das jetzt ausführe, bekomme ich hier tatsächlich erstmal eine Warnung wegen meiner CUDA-Version. Und dann bekommen wir hier einmal PyTorch, wird ausgeführt, Python wird ausgeführt. Please reinstall Xformers, muss ich mir gleich noch angucken. Falls da irgendwas passiert, muss ich natürlich eine alte Version benutzen. Aber wir laden uns trotzdem das Modell runter und schauen uns mal an, ob es funktioniert. Übrigens, dieses Runterladen, weil ich es gerade kurz vergessen habe, das ist einfach das Modell. Das wird nicht in dem PIP-Repository mitgeliefert. Das wäre viel zu groß. Das hat hier irgendwie 236 Megabyte. Das liefern die nicht darüber mit, sondern das lädt sich einfach von selber runter. Das müsst ihr aber nur einmal machen, nämlich beim Starten. Und das ist jetzt das zweite Modell. Also es sind im Endeffekt die fertig trainierten neuronalen Netze, die hier einfach erstmal fertig runtergeladen werden für euch. Die könnt ihr danach einfach verwenden, nie wieder runterladen, nie wieder drüber nachdenken. So, mein sweetest Brain war natürlich mal wieder dumm. Weil ich nichts in Assets-Bach.mp3 liegen habe, gibt das natürlich auch einen Fehler. Gut, aber dementsprechend ist tatsächlich Model.generate schon mal durchgelaufen. Was ganz geil ist. Es hat ein halbes Jahrhundert gedauert gefühlt. Aber es hat funktioniert. Dementsprechend kann ich wohl das Medium-Netz durchlaufen lassen. Ähm, ich werde jetzt allerdings hier mal diese wunderschöne Zeile raus kommentieren. Ai, ai, ai. Uh, da leckt noch alles ein bisschen rum. Ja, es ist warm hier drin. Ähm, das ganze Zimmer ist 2 Grad wärmer geworden. Und das trotz Klimaanlage, weil ohne Klimaanlage wären es hier drin schon jetzt 35 Grad. Naja, ähm, wow. Irgendwas leckt hier richtig böse. Seht ihr das? Also ihr seht noch nichts. Jetzt seht ihr es. Ich habe vor Uhrzeiten gedrückt. Okay. Genau. Also wir bauen uns eine Wave, ähm, und lassen jetzt hier in dem Fall einfach mal diese Melodie weg. Das heißt, wir bauen uns nur Happy Rock, nur Energetic EDM und nur Sad Jazz, ohne eine Melodie vorzugeben. Wie gesagt, so könnte man eine Melodie vorgeben, aber dazu müsste man halt eine Datei reinpacken, ne? Gut, wir starten nochmal. Und jetzt müsste ich eigentlich die Modelle nicht nochmal runterladen müssen. Cool, finde ich gut. So, meine Freunde. Oh mein Gott, sage ich das nur. Also, was ich erstmal hier rausgefunden habe, ist, wenn man das Ganze einfach von der Webseite installiert, also sprich so, ja, pip install torch 2.0, dann bekommen wir automatisch die CPU-Version installiert. Ähm, das war aus Versehen ein Fehler von mir. Ähm, ich hatte nämlich davor schon die GPU-Version installiert. Das heißt, ihr braucht keine GPU, also keine Grafikkarte mit 16 Gigabyte Speicher, sondern ihr braucht eine CPU, sehr viel Zeit, weil das dauert sehr viel länger, ungefähr so Faktor 13, habe ich mal ausgemessen, und ihr braucht dann 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das ist schon mal, also, ich könnte das ganze kleine Modell, ja, das, ähm, das Small Model, könnte ich tatsächlich auch auf meiner Grafikkarte laufen lassen, weil die hat 24 Gigabyte Arbeitsspeicher, oder Grafikkartenspeicher, das habe ich nachgeguckt tatsächlich. Aber, ähm, was wir natürlich dann haben müssen, ist, wir müssen sehr, sehr, sehr lange warten. So, jetzt habe ich das ja erstmal mit dem Medium-Netz gemacht, und das hätte ich, wie gesagt, auch auf der Grafikkarte laufen lassen können. Aber, ich habe danach das Large-Modell genommen, das große Modell, musste dann nochmal runterladen, und das ging nochmal 30 Minuten, und dann hat es nochmal, ähm, ungefähr, lasst mich nachdenken, ungefähr 15 Minuten habe ich für einen Happy-Rock-Song mit einer Dauer von 8 Sekunden gebraucht. Ungefähr 15 Minuten für 8 Sekunden Ton generieren, auf der CPU, also auf eurem Prozessor, nicht der Grafikkarte mit dem Large-Modell. Zum Vergleich, ich habe einen AMD 5950X, also einen Ryzen, ja, und zwar einen ziemlich guten Ryzen aus der, ich glaube, schon wieder letzten Generation. Genau, also, nur um das mal vielleicht dazu zu sagen, ne, es dauert wirklich sehr, sehr lang. So, das Large-Modell könnte ich aber nicht auf meiner Grafikkarte wahrscheinlich ausführen. Ich habe 64 GB Arbeitsspeicher, aber nur 24 GB Grafikkartenspeicher, was schon sehr, sehr viel ist, das haben nicht viele Leute. So, und jetzt kommen wir ganz kurz zu den Ergebnissen. Ich habe mit dem Medium-Netz keine Melodie benutzt, das könnte man machen, habe ich jetzt aber in jedem Fall rausgelassen, weil A hatte ich natürlich die Datei nicht, und B, ich wollte auch eine gewisse Vergleichbarkeit haben. Ich habe nämlich das Medium-Netz mit Happy-Rock, mit EDM, das, was wir davor hatten, hier, ne, das da Energetic EDM und Sad Jazz ausgeführt, und dann habe ich das große Netz nur mit Happy-Rock ausgeführt. Okay, hier sind die Ergebnisse. Zuerst das Medium-Netz mit Happy-Rock, ja, das kleinere Netz, das man theoretisch auch auf der Grafikkarte laufen lassen könnte. Sorry, der erste Teil, der zählt nur. Das war das Medium-Netz. Ich fand das schon wirklich sehr, sehr gut. So, dann kommen wir zu dem EDM-Part, und wundert euch bitte nicht, es benennt die Dateien automatisch als Nullpunkt-Waff, deswegen habe ich, als ich das große Netz ausgeführt habe, ganz schnell gemeint, oh shit, du solltest das vielleicht umbenennen, war bei einem Termin drin, deswegen habe ich das nebenbei gemacht. So, also das Medium-Netz Energetic EDM, das ist das hier, Energetic EDM, das wäre das hier, einmal. So, also das fand ich tatsächlich, da hat man ein bisschen so dieses Rauschen am Ende gehört. Ihr habt es vielleicht auch gehört, das war nicht ganz so clean. Nochmal ganz kurz. Ich fand, das hat ein bisschen zu sehr, zu sehr gerauscht, muss man sagen, aber wahrscheinlich ist das so bei EDM auch ein bisschen normal in einem gewissen Maß, und deswegen hat sich die KI gedacht, okay, machen wir mal weiter. Nichtsdestotrotz ein beeindruckendes Ergebnis. Jetzt kommen wir einmal ganz kurz zum Sad Jazz, auch von dem kleinen Netz. Da merken wir auch, es hat richtig hart übersteuert, muss man sagen. War jetzt aber nicht furchtbar. So, und dann kommen wir zu dem großen Netz. Und hier habe ich, wie gesagt, nur Happy Rock trainieren lassen oder bauen lassen, weil der Rest echt wahrscheinlich nochmal jeweils 15 Minuten gedauert hätte für 8 Sekunden. Ich glaube, das reicht dann auch tatsächlich mal, weil ich will es heute noch hochladen. Heute ist Dienstag und ja, das funktioniert eigentlich auch so. So, das war Happy Rock mit dem großen Modell. Und ich muss sagen, da habe ich exakt gar nichts mehr dran auszusetzen. Das war richtig, richtig gut. Gut. Ja, klar, wir haben keinen Anfang, wir haben kein Ende. Aber alter Falter, das war wirklich gut. Also ich muss sagen, das Large-Modell, das hat ja auch mehr als doppelt so viele Neuronen oder Parameter. Wenn wir uns das nochmal kurz angucken hier. 3,3 Milliarden Parameter, während das Melody-Netz gleich viel hat wie das Medium-Netz, aber nur eben 1,5 Milliarden hat. Und ja, Large hat eben mehr als doppelt so viel. So, you must have a GPU. Das stimmt nicht. Wir haben es gerade auch auf der CPU laufen lassen. Wie gesagt, es dauert unfassbar ekelhaft lange. Und ihr müsst Cuda installieren und alles so weiter und so fort, wenn ihr es auf der Grafikkarte laufen lasst. Klappt aber trotzdem. Also, falls ihr es auf der Grafikkarte laufen lassen wollt, habe ich euch noch kurz eine Sache mitgebracht. Wir hatten da schon mehrfach drüber gesprochen. Ich werde das nur kurz anreißen. Und zwar das hier am PyTorch.org. Einfach die Startseite von der Bibliothek. PyTorch.org. Einfach neben dann hier das PyTorch-Bild Stable anklicken. Euer System, wie ihr packagen wollt, also wahrscheinlich als Pip. Dann die Sprache Python auswählen und dann eure Cuda-Version, wobei ihr Cuda natürlich erstmal installiert haben wollt. ROC, also AMD-Grafikkarten, funktionieren nicht mehr, wie ihr sehen könnt, ist durchgestrichen. Und CPU, naja, dann ist es halt einfach Pip3-Install-Torch. Das ist quasi das, was die auch in ihrem Repository drin hatten. Hier haben wir jetzt aber einmal Pip3-Install-Torch, Torch-Version, Torch-Audio, Index-URL, das hier. So, und ja, das könnt ihr laufen lassen. Und dann habt ihr es wieder auf Grafikkarte. Dann deinstalliert es halt das andere Paket und installiert das Grafikkarten-Paket. Das werde ich nachher wieder machen. Wahrscheinlich, weil ich einfach meinen PyTorch für die Grafikkarte brauche, weil ich Untertitel damit baue. Aber ich werde definitiv noch hergehen und mal probieren, mit meiner CPU, mit dem großen Modell, einen kompletten Song mit drei Minuten bauen zu lassen. Das wird eine Weile dauern und ich werde das nicht jetzt machen, weil ich hier drin jetzt gerade 28,5 Grad habe. Aber ich werde es tun, irgendwann mal. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was dabei rauskommt. Ich muss sagen, ich finde die Ergebnisse sehr beeindruckend. Und die Descriptions einfach Text-to-Musik und solche beeindruckenden Ergebnisse. Hut ab. Ich bin gespannt, wo wir da in drei Jahren sind. Ja, was ihr baut, dürft ihr mir gerne schicken. Ich habe Twitter, ich habe Instagram, ich habe Discord. Ihr könnt mir gerne mal eure Ergebnisse schicken. Würde mich wahnsinnig interessieren, was ihr damit baut. Und bis dahin bin ich extrem spannend, was ihr alles so, ja, euch für Musikstile überlegt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao.